Guten Morgen, es ist heute der 1. März. Wir haben heute einen Seetag an Bord der Aydanova. Das Wetter ist so lala, zeige ich euch gleich. Ich liege gemütlich in meiner Hängematte und werde wahrscheinlich gleich ein Buch lesen. Weil jetzt an Deck mir da eine Liege zu suchen habe ich eh keinen Bock. Die meisten Leute haben da sowieso schon wieder ihre Liegen mit irgendwelchen Handtüchern markiert. Ganz fürchterlich, ich hasse sowas, aber egal. Was wir weitermachen, weiß ich noch gar nicht. Frühstücken waren wir schon. Euch nicht jetzt erstmal hier eine Hängematte. Achterlich kriegen wir schön die Sonne rein, weil wir fahren ja Richtung Norden. Das heißt jetzt hier im Süden zieht die Sonne schön durch. Wir haben aber leider viele Wolken. Ich zeige euch das jetzt mal. So, das ist so mein Blick hier aus meiner Hängematte raus. Ja, leider ziemlich wolkig. Hier hinten sieht es gerade ein bisschen toll aus, weil da die Sonne sich super spiegelt. Aber ja, das war es halt. Mal sehen, was der Tag heute so bringt. Vielleicht melde ich mich nochmal. Auch bestimmt. Irgendwas machen wir bestimmt. Dann bis nachher. Ich habe dann noch ein bisschen gelesen und wir sind noch ein bisschen zum Sport gegangen. Und im Endeffekt viel mehr ist dann auch nicht mehr passiert am ersten Seetag. Also, habt Spaß mit unserem dritten Video. Dies ist halt mal ein bisschen kürzeres. Und ich sage tschüss, der Frank von foodbloghamburg.de Ciao, ciao.